Wollen Sie gefilmt werden? Jetzt sind Sie drauf. Natürlich sind die attraktiv. Ja, und Sie sind echt guten Appetit. Haben wir ja einen Spaß. Wie viele Einwohner hat Hannover? Ja, sagen Sie mal. Jetzt sagen Sie mal eine Zahl, wenn Sie jetzt hier schon meine zwei Blondinen schlecht machen. Also ich habe die für echt gehalten eben. Was sagen Sie, wie viele Einwohner hat Hannover? 35. 35? Ja, über 35 müssen Sie sagen. Ja, über 35. Über 35. Dankeschön.